Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Metro 2033, ich bin euer Koopa, in der letzten Folge haben wir uns durch die schwarze Station gekämpft, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut das Video einfach was davor läuft in dieser Playlist an und genießt die Show wie ich versuche silent da durchzugehen, was vielleicht gut geht, vielleicht auch nicht, wenn nicht, schaut es euch nochmal an und wir steigen jetzt auf das Moped, ja also eigentlich Schienenwagen, aber Moped nenne ich es, so ich soll mich ausruhen. Sieht aus wie so ein Porsche Boxer Motor, das sind keine normalen Mutanten, das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Furcht, wir sind schwach, wir werden sterben, schrecken, das ist das Ende. Kinder wollen ihre Eltern sogar ansuchen und verstehen, wenn diese sie haßen. Wir möchten euch verstehen und helfen. Lauf, Artyom! Was macht er da? Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hunters Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und Weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. So, da bin ich auch wieder. Wir schauen mal, ob unsere Aufgabe dann erfüllt ist. Und ich sehe gerade, was für eine riesen Strecke wir durchgelegt haben. Das alles, was weiß ist, haben wir zurückgelegt. Das ist schon ein gutes Stück gewesen. Und jetzt werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Und los. Wir sind Faschisten und wollen eure Station einheben. Ohlmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Das war gar nicht die schwarze Station. Oder? Doch. Ich bin der Meinung, das war die schwarze Station. Jetzt müssen wir mal. War eigentlich? Ne. Wir sind ja jetzt in der Polus. Also das war die schwarze Station in der letzten Folge. Aber guck mal, die machen es richtig. Das ist gesichert. So würde ich es halt auch machen. Das ist das einzige Sinnvolle. Gigantisch. Das sieht richtig cool aus. Das ist die erste Station, die ich richtig mega von dieser Gasmaß konnte. Wir kommen in der Polis. Hauptmann Krasnov. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruhe dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Hoffe ich auch. Vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge. Das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben? Hm? Idiot. Hallo. Verkauf und Ankauf. Was können Sie hier gar nichts machen? Medi-Packs. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv. Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Ich bin aber echt am Überlegen. Na, woher? Die ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv bezerfetzt. Sie müssen aber bis fünf. Wie auch immer. Der beste Wechselkurs in der ganzen Welt. Sonderangebote. Rabatte. Beste Waffen von den Schmiedemeistern. Dieses Kaliber haben Sie nicht. Artyom. Ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Hunter? Oh, oh. Machen wir später. Später. Ich hab mir Miller irgendwie anders vorgestellt. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Police gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn Sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Machen wir. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole. Alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Und los. Geben wir zur Ratskammer. Eieie. Da fahren sogar Boote. Wie geil ist denn das? Das war ein weiter Weg. So, ich bin mal wieder weg. Wir genießen die Show. Ich bin erstaunt, dass der Rad es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Police ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff benutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek. Ein gefährlicher Ort. Aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch. Das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Ation. Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudelraketen erwecken. Denn erwecken wir mal ein Rudelraketen. Ich ehrge jetzt gerade, dass ich da nicht in Ruhe eingekauft habe. Gut, 51 Schuss. 51 Schuss. Okay. Und die haben wir. Okay. Die laufen schon mal in die richtige Richtung. Ich finde, diese düstere Stimme haben sie echt gut getroffen. Bin ich jetzt tot? Ich bin jetzt echt tot. Oh je. Es geht schon wieder los. So, Kassmaska auf. Also, Kassmaska auf. Gute Entscheidung, da drüber zu springen. So, da können wir nicht lang, gehen wir hier lang. Artyom! Endlich, Artyom! Du bist hier, das ist gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptleserhalle. In Ordnung? Genug gefroren, gehen wir. Genug gefroren, gehen wir. Gehen wir, Leute. Gehen wir in die Bibliothek. Bibliothek. Beim Betreten der großen Bibliothek ergriff mich Erfurcht. Sie war wie ein Märchenschloss. Und wie in den alten Geschichten wurden die Schätze von Monstern bewacht. Ich freu mich. Danilo, pass außen auf. Wir gehen mit Artyom rein. Gut. Scheint ruhig zu sein. Scheint ruhig zu sein. Dieses Wort. Leute! Das ist ein Schwamm Vögel! Artyom, Daniel! Kommt schnell her! Versperren diese Türen! Ich komme! Ah! Verdammt! Artyom, wenn die Tür oben abgeschlossen ist, musst du einen Weg finden, sie zu öffnen. Wir können sie nicht lange abhalten! Worauf sind wir aus? Auf einen Snack! Und zwar uns! Ich wusste es. Ich wusste es. Warum? Mach das mal! flaut! Ich steine! Mach das denn! Sie sind ein Stoß! Ich bin was 배strahlt. Ich wusste es. Was ist das? nicht weggehen wir kümmern uns auf dem rückweg und diese bestien hätten uns ja war gut fand ich auch was ja was ja was was Artyom, durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Also gut. Neuronen und Synapse Supra Spinal. Motoriksysteme. Ne, ich probiere nicht, was ich habe. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ja, zurück kommen wir jetzt auch nicht mehr. Ah. Muss man erst mal drauf kommen, ne? Nett. Danila, gehen wir. So, erst mal Filter wechseln. So. Hört das jemals auf? Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Das ist, glaube ich, aufs Wort. Das ist, glaube ich. Und da war ich. Na's? Nein, na, na! Ja, na, na! Na, na. Na, na! Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zu Boris bringen. Du musst die Garte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothek gargegangen ist, führt da hin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh, und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Ich habe den Bibliothek zwar gar nicht gesehen, aber okay. Okay, da ist Spielende. So. 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 Ich war wieder allein und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Aber der Furcht werden wir erst in der nächsten Folge Metro 2033 in den Augen sehen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin euer Cooper. Bis zum nächsten Mal.